Tates of Berseria Tates of Berseria Maybe you've got a criminal streak in you after all What? No, I... What do you think, Aizen? She'll do. Let's take her Dann zur Lionel Werft Hmm... Aizen, everything alright? We're almost at Lionel Island All thanks to this ship She's got a good compass Yeah If only my inner compass held us steady From the first moment I laid eyes upon that demon I think I knew it was Eifried And some part of me refused to accept it That's because you're Eifried's friend, don't you think? After all, he taught you that the Reaper's curse was part of you Part of your creed We were lost at sea once Twenty straight days we floated together, close to death And all he says is You sure know how to liven up an adventure He sounds like an incredible person You did the same thing for Velvet, you know Only because you taught me how, Aizen Your wheel is yours to hold, right? That's right That's what it is to live by once Look, it's Lionel Island Not good The Von Eltia's already there I'll see it, I'll see it Where did they go? Zavid lured the beast away, towards the interior Let's go And he can accomplish that Oh, let's move it I think that's all I believe that the ki-sized items The portfolios Who we have in the inventory For the battle against Eifried That's all And that's definitely not a good guy Aber vielleicht kann er wieder irgendwelche unfairen, krassen Attacken. So, und jetzt muss ich mal gucken, wo gehen wir weiter. Aha, okay, ich verstehe. Ja, dann kann ich hier eine richtig fette Abkürzung nehmen. Achso, ja stimmt, die ganzen Barrieren sind jetzt auch weg. Dadurch kommen wir hier viel schneller durch. Ist der Dämon wirklich Eifried? Eizen würde es besser wissen, als jemand, also ich nehme es als ein Fakt. Aber ich dachte, wenn die Leute ein starkes Willen, wie du und Kurogane, sie nicht verlieren sich auf sich zu werden, ein Dämon. Von dem Eizen spricht über ihn, ich denke, dass seine Kraft der Willen sich sehr viel besser wäre. Selbst wenn du dich nicht verlierst, ein Dämon ist ein Dämon. Wenn du dich verändern, du bist nicht mehr Mensch. Ich weiß nicht, wie ich als Mensch fühle mich. Aber ich glaube, das Mensch in mir hätte gedacht, dass ich ein realer Monster wäre. Aber würde der alten Teil von Eifrieden helfen ihm zu sein, dass er so obedient zu den Abbey ist? Nein, er hat nicht so gesehen, dass Melchior auf seine freiwillig ist. Ich denke, Melchior's Illusory Arts sind zu spielen. Wie was wir sehen, Loringen in Ebal? Ist das genug, um zu kontrollieren, Dämon? Es würde so sein, aber mehr importantly, jemand mit einem Psyche resilient genug zu impressen Eizen Es sollte unglaublich schwer sein, um einen Dämon zu verändern. Also Melchior muss eine besonders schade Illusion benutzen, oder? Eifried, Eizen, bitte, sei okay. Na, Eizen geht's ja erstmal noch okay, aber Eifried, das wird schwer. Das passt auch richtig gut zu Magilu. Ich glaube, dieses Board könnte ja theoretisch jeder hier benutzen. Aber zu Magilu passt es sogar noch am besten. Und der Weg, den wir vorher nicht lang gehen konnten, den können wir jetzt lang gehen. Zavid, bist du okay? Stopp, ich weiß diese Psyche. Dies ist Eifried. Warum hast du nicht zurückgekriegt? Eifried, sie hat mich zurückgebracht. Ich erhe ihm. Aber er ist ein Dämon, er ist ein Dämon. Und ich habe ihn zurückgebracht. Ein Dämon kann niemals wieder human sein. So, was? Sie sollte mich verändern, meine Krede? Was denkst du, Eifried? Oh, Mann. Zavid! Boah, er hat ihn, Alter, er hat ihn aber richtig gestoppt. Digga, wie macht Eisen das? Niemand hat ihre Krede. Selbst du! Holy shit, Eisen wird zum Main-Charakter. Ach, diese Pistole ist dafür da, sich selbst zu boosten. Zavid hat nicht Macht demonstriert und sich selbst abgeschossen. Das ist, um sich selbst zu boosten. Ich erhebe dir alles, Eifried. Und jetzt... Es ist Zeit, um es zurückzahlen zu können. Oh, der kriegt auch wenig Schaden. Aber immerhin ein bisschen was. Na, hier hörte ich, wie das switchen sollen. Und, äh... Scheiße, ich hab vergessen. Ja, ich hab vergessen, statt Eleanor Luffy's Head reinzumachen. Das ist jetzt nicht gut. Vielleicht kriegen wir es irgendwie trotzdem hin. Oh, die Seelenexplosionen sind immer ganz schön krass. Ich könnte auch versuchen, Eleanor nicht zu healen. Und, dass er halt low wird, ne? Und dann... Lass uns nicht eingetauscht wird. Aber wenn sie zu viel Damage kriegt und direkt stirbt, dann wird hier niemand eingetauscht. Außerdem kann Eleanor reviven. Und ich glaub, deswegen ist es vielleicht sogar ganz gut, dass sie im Team bleibt. Ja, man verliert immer dauerhaft leben, wenn sie ihr Ding da macht. Aber sie machen alle ihre mystischen Arten, das ist ganz cool. Ja, man verliert immer dauerhaft leben. Ja, man verliert immer dauerhaft leben. Hey, den machen wir aber gut lange hier gerade. Oh shit, oh shit. Jetzt legt aber auch ein bisschen zu. Wir können ihn quasi dauerhaft stunnen und verwirren. Oh, oh, aber jetzt müsste ich mal einmal ganz kurz werbe wiederhielen. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Ah, nicht i leoh, nahe. Aber das ist nicht gut, das ist nicht gut. Ob die Sie jetzt hasst gar kein Damage gekriegt dadurch? Holy shit. Da hat Magilu einen Move gemacht, den ich noch gar nicht vorher gesehen hab. Sag mal, der ist doch schon tot. Der hat gar kein Leben mehr. Gott, okay, wir haben ihn endlich. Ah, er will seine Mission noch erfüllen. Oh. Oh. Jetzt bein die Hustagen. Ich bin sorry, einfach verletze mich. Ich bin... Ich bin bereit für was, was passiert. Okay. Du hast gewachsen. Du bist jetzt ein Mann. Familie, Freunde, alles, was ich immer versucht, zu behalten. All of it trickled away, fell from my grasp. But a certain idiot once told me, if you can't hold something in your hand, then make a fist and take it by force. This fist will take everything back. Just like you told me to! I know this fist. It's you. Sorry. I was through a lot of trouble, didn't I? Don't worry about it. We're friends, right? Eifried! Ich glaub, der benutzt Inominats Kräfte, um die Leute von ihrer... ja, um die Leute von ihrer Bosheit zu befreien. So was ähnliches hab ich mir fast schon irgendwie so ein bisschen gedacht grade. Aber es ist krass, dass es eigentlich funktioniert hat. Es ist zu late. Eifried! Ich bin sorry, wenn ich nur wusste, wie benutze meine Macht. Eifried! Stopp crying. Didn't you say you were prepared for anything? But... Eizen, you were searching for Eifried for so long! You're still as soft as you ever were. Boy, I'll let you in on little secrets. But... Your power... Comes from being part of Enominats. Which means... If you can seal off his domain... You actually got a chance of putting up a good fight. Seal off his domain? The four elemental Imperians... Sleeping in the earth pulses. If you can rouse them from their slumber... Hurry! While Artorias and Enominats are occupied... They're getting ready for some... Ceremony of suppression. It's now our never kid. Oh mein Gott! Muss er denn sterben, jetzt? I'm just sad, I can't go with you. It sounds like a... Goddamn blast. I won't apologize. You shouldn't. I'm grateful. You've always kept things from getting to home. If we ever meet again... Let's race some hell. Aizen. So ne Scheiße, Alter. We will. See you, Eifried. I owe you one, Zavid. I owe you one, Zavid. Between me and your creed. Between me and your creed. See you around, Zavid. So we need to wake the four elemental Empyreans. But how do we do it? Donnell. Maybe you tickle their divine footsies with a feather until they... You're back! You're looking better. Oh man. But what happened to that demon? We killed him. Benwick. He... Let me tell him. The rest of you? Find Grimoire. And ask her about the four Empyreans. Aizen. Oh shit. Are you sure? Do it. He gave us this chance. We can't waste it. Okay. Resurrect the elemental Empyreans. True. If we do that, we might be able to suppress Enominat's domain. It may even liberate the minds of the Malakim that Enominat has under his control. I'm sure some will no longer obey their exorcists. Good. We'll take a big bite out of their forces. More importantly, Enominat will lose the ability to enhance the resonance of his exorcists. Most exorcists will no longer even be able to perceive Malakim at all, just like before. Of course, anyone as innately gifted as me is another story. Will I... become unable to see Lafayette? We won't know until we try. Eleanor... Then let's give it a shot. I'll... accept whatever happens. But these elemental Empyreans... they're gods, right? You sure it's okay to disturb their beauty sleep? They control the four elements. Waking them is likely to upset the balance of the world quite a bit. I'll take that as a no, then. We don't even know how to revive them. At worst. If it's anything like the opening, then we need to offer a sacrifice at the Earth Pulse on a Scarlet Knight. We have to kill someone? The act of killing is not essential to the ceremony. All that's needed is a soul free of malevolence. Hmm. If that's true, then doesn't Velvet already have a whole belly full of them? The Exorcists I devoured. It's perfect. You're a Therian. You're capable of releasing the power you absorb. The souls of the high-ranking Exorcists you ate should do nicely. Use Oscar and Teresa's souls to resurrect the Empyreans? It's worth a try, at least. When's the next Scarlet Knight? Three years after the advent. In other words, soon. Hmm. Do we have enough time? The four Empyreans are asleep in different places, right? Correct. Four Earth Pulses for four Empyreans. But if you use a life pool, you may be able to awaken all four at the same time. A life pool? Earth Pulses normally flow horizontally, but in exceptionally rare cases, they can flow vertically. This causes energy to collect at the Earth Pulse's base, forming a life pool. Though sometimes the energy flows the other way, upward, into what's called a life spring. Oh! So if we make use of one of these life pools, a single sacrifice could reach all four Empyreans. Where are they? There's a life pool in the northern reaches of Midgand. But I heard a large temple was built over it recently. That's the Empyrean Throne! We can't go there! It's Ynominat's home base! Ah. Most unfortunate. Couldn't we use a life spring? It all connects to the same place, right? We'll have to go against its flow, but... We'll force the soul right down its throat. Where's the nearest life spring? Our best bet would be Mount Killarouse. Aizen? I'm fine. What's done is done. Killarouse? That's the volcano on the northernmost tip of Northgand. But it's a hellscape of ice and lava! Naturally. Killarouse is the most powerful life spring there is. So, in short, we shoved the souls of the Exorcists into the molten core of that volcano. That should awaken the four elemental Empyreans. Together, they will seal off Ynominats domain. It's just a theory, but... It's one, I'll put my money on. Me too. Then we're off to Northgand. Mount Killarouse is north of Helleviz. Na, dann geht wohl da als nächstes hin. The ship's ready to sail. Where are you headed? We don't have a problem. If you've got a grudge, we can settle it here and now. Huh? Why would we have a grudge against you guys? The first mate fought like the first mate. The captain died like the captain. Right? I suppose. Then no swabi here can blame you for what happened. We're Eifried's pirates. And don't forget it. We're not so pathetic that we need pity from some lord of calamity. Alright. The ship's in your hands. Aye, aye. You can count on us. I see. Orichalcum or not, Stormquell snapped like a twig. I'm afraid so. It was Inominat who did it. But I think Shigure could have done the same. So hardness alone isn't enough. Forgive me. I thought I had found clarity, but it was only foolish pride. You should be proud. You are without a doubt the greatest swordsmith in the world. I'm looking forward to your next blade. Even now, you would still place your trust in me. Of course. Is there any other swordsmith who could craft a blade out of Orichalcum? You're a master of your art. A visionary who spent centuries working to forge a blade of legend. I'm honored to know you. I don't know what to say. Unless, of course, you've given up on making a sword to surpass Stormhowl. Does this look like the face of a man who's given up? You have no face, bro. Not in the least. Oh, man. We're making good time. The only problem is that ceremony that Arturias was going on about. We don't know how long it'll take. Eifried said they called it the ceremony of suppression. Most likely, it's how he know we not plans to release his power. Most likely. He hasn't absorbed Lafisette in your despair, so we know me not should still be incomplete. But if his powers fully awaken... Humanity will be robbed of their free will. I can hear them celebrating now. The uglinesses of the human soul are suppressed. And the world is free of malevolence! Hurrah! Hurrah! Robbing humanity of its will. They'll be like I once was. Something's coming! So long, it's not a secret, but... Oh, I'm not lying. I'm not dying. I'm not dying. She's dead. I'm dying. I'm dying. Oh, my God. Oh, my God. You must be a monster. Oh, shit. Die werden alle kontrolliert. Oh, hell no. Das wird sich aus einem Horrorfilm. Hey, äh, bitte, Leute, lasst uns nicht kämpfen! Ja, die werden zu seelenlosen Hüllen, eigentlich nur die Menschen. Keine Ahnung, ob das die Definition von einer Welt ohne Sünde ist. Eine gute ist es auf jeden Fall nicht. Oh, shit. Inwiefern betrifft das jetzt uns? Das ist ein Domain? Ihr kennt mich nicht, Domain. Ahn... 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 Na, so ähnlich war es auch. Ja, das ist jetzt gar nicht gut. Oh, nein! Nee, ich glaub nicht. Guck doch mal an, wie er läuft. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Es bringt das Wasser, er endet sein. Oh, mein Gott. Das ist also das, was mit den Leuten gemacht wird. Stopp! Oh, ho, 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 ho. Aber auch mit der Faust direkt. Aber zu sagen, dass du sterben musst, ist ein guter Weg, um mein Blut zu verbrechen. Oh, muß. Die Ausge dostępten, die von Ultorien abrennt, wollen sie enden das Leben eliminieren. Wirkommen in Artorias'er ungekomming verbrechen. Ich bin nur ein Problem, von Menschen. Und dann wissen die Herrschaft der Rundern. Und dann können sie sagen, wer und wer bleibt? Und ob die Blutschwingen davon auch betroffen sind, wäre mal interessant. Aber gut, Leute, das ist dann wirklich etwas, was wir im nächsten Part rausfinden werden. Und dann wird es scheinbar richtig, richtig intens. Also, vielen herzlichen Dank fürs Einschalten, Leute. Und mal schauen, was mit den Leuten hier passiert im nächsten Part von Tales of Berseria. Bis dahin und ciao.